Was ich jetzt mache? Ich baue mich jetzt nach unten. Geradeaus? Runter? Sollten wir nicht erst eine Treppe oder sowas bauen oder eine Leiter? Hast du genug Holz? Ich guck mal geschwind. Was habe ich denn da? Ups, das wollte ich jetzt nicht wegwerfen. Ach komm, ich baue mich nicht geradeaus runter. Ich baue mich in Stufen runter. Nee, grab dich geradeaus runter. Ja, nach Stufen. Ich mache Stufen. Okay, ich folge dir einfach. Ich habe keine Spitzatien mehr. Die habe ich irgendwie weggeworfen. Hör, die sind hier hell. Ach, du hast eine Fackel gesetzt. Du hast die Euryd. Und hier gibt es die Euryd. Ja, das kann man auch bauen. Das kann man auch bauen. Das habe ich doch. Ja, wenn wir tief genug bauen, dann könnte es halt sein, dass wir auf Lava stoßen. Okay. Oder auf Gold. Oder auf flüssiges Gold. Oder auf Perlen. Oder auf Perlen? Hier, Redstone wäre auch nicht schlecht. Oh, da könnte man ja unseren Zug elektrifizieren. Richtig. Weil hier ist viel Erde. Das gefällt mir nicht. Also hier ist wieder eine Erzader. Nice. Ich würde dir ja gerne helfen beim Abbauern, aber ich habe keine. Ja, ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass du dir eine machen könntest. Ich kann mir keine machen. Das ist vollkommen möglich. Ach scheiße, ich habe doch eine Bergbank dabei. Ich habe es doch vorhin gesagt. Wie hast du das gesetzt? Links oder rechts? Immer rechts. Immer rechts. Bei der nächsten Möglichkeit setze ich mal eine Bergbank. Hier, warte. Setze hier hin. Ah, hier ist Gold. Hier ist Gold. Warte, warte. Ich brauche dir Licht. So. Wir brauchen die Werkbank kurz. Hast du noch Eisen? Äh, ja. Aber halt in Erzform. Hast du Kohle dabei? Hast du zufällig Kohle dabei? Ich habe dabei Glas, Eisenerz, Sand und drei Stöcke. Okay, warte, dann probiere ich es anders. Hast du nicht vorhin die Kohle gehabt? Ja, ich habe es ja weggeleugelt, weggepackt. Ich versuche es anders, warte. Eisen hast du noch? Ich habe noch Eisen, perfekt. Ja. Sehr gut. Ich habe auch meine Eisenspitzhacke dabei, ne? Ach, hast du die dabei? Die habe ich dabei, aber die ist schon ganz schön kaputt. Ja, okay. Ich schmeiße die raus. Ja, warte, dann. Hier. Wie hast du die benutzt vorhin, oder was? Ja, auch so sehnlich, habe ich gemerkt. Ach, schade. Weil, wie gesagt, nur so können wir ja Gold abbauen. Mach mal, ähm, Eisenherzbau. Das Gold ist gut, weil das Gold brauchen wir ja für, für, hör, ich schmeiße dir mal wieder hin, für die, ähm, für die, für die Aktivierschienen. Aktivierschienen? Ja, ich schmeiße dir mal wieder die, ja, ich schmeiße dir die Eisenspitzhacke wieder hin. Da liegt sie. Danke. Jetzt brauchen wir hier noch geschnittes Erzsack. Für die, für die Aktivierschienen. Und da kann, da, da braucht man nicht zwingend Redstone. Weil du kannst es auch mit einem Knopf machen. Redstone ist eigentlich wie ein Kabel zu sehen. Sand. Sand gefällt mir nicht. Sand ist nicht gut. So, so könnten wir, ups. Wollte Licht machen, nicht. Langsam am Boden angekommen sein. Ja gut, wir haben ja, äh, mitten im Berg angefangen, ne? Und dauert es halt ein bisschen, bis wir ganz unten sind. Das stimmt. Mal gucken, wie weit es noch geht. Wenn du übrigens mal Steine siehst, die Tropfen nicht weiterbauen. Okay. Ja, wenn sie rot tropfen, erst recht nicht weiterbauen. Das heißt, das ist dann Blut, ne? Da ist Lava dahinter. Lava dahinter, okay. Hier ist Eisen. Das baue ich mal abgestimmt. Ah, da ist Erde, wir kommen bald raus. Ui. Ja, ich glaube, hier haben wir eins eingeschrieben. Eins zu viel gebaut. Ja, ich seh dein Gesicht. Ich seh dein Gesicht. Ich seh dein Gesicht. Deine Mutter sieht mein Gesicht. Ich seh das Gesicht, Alter. Ja, mach du die Treppen. Das ist egal. Du machst das schon. Korrigier mal. Ich korrigiere mir jetzt Bruchstein. Aua. Passt ja. Stehst du im Weg, oder was? Du stehst im Weg. Deine Mama steht. Ja, wir sind beim Bedrock. Wir sind unten. Echt jetzt? Das ist Bedrock? Können aufhören. Ja, das ist Bedrock hier. Das kannst du nicht abbauen. Ja, das hier, das Schwarze. Das Schwarze kannst du nicht abbauen? Ja, das kannst du nicht abbauen. Okay. Ja, super. Da haben wir ja ein Bedrock gefunden. Genau. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Verdammt. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Hast du mich komplett zugebaut jetzt? Nein, hab ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, wir sind auf Bedrock-Höhe. Zack, zack, zack. Guck mal, hab ich noch Schaufeln dabei? Nee, keine. Noch tiefer können wir nicht linken, selbst. Guck mal, guck mal, das ist, hier ist Maragd. Oh, warte, 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 warte. Schau mal. Maragd sind die grünen Dinger, ne? Ja. Die können wir gar nicht abbauen jetzt. Wie brauchen wir Diamantsplitzhacke? Nicht abbauen, nicht abbauen. Das geht verloren. Das geht verloren. Wenn wir es abbauen. Machen wir es ein bisschen offensichtlicher, dass es hier ist. Offensichtlicher? Das, guck mal, das ist, das ist hier Redstone. Oh, Redstone haben wir auch gebraucht. Oh, cool. Ja, da brauchen wir die Eisensplitzhacke jetzt. Okay, warte, ich schmeiße die raus. Oh, hast du. Ja. Ich glaube, die geht mit der Eisensplitzhacke. Was ist das für, äh, Das ist so ein grau schraffierte Stein, was ist das? Das Graue ist Bedrock. Oh, aber ich kann drumherum graben, guck mal. Naja, drumherum geht. Das ist noch nicht ganz unten. Die, die sind auf mehreren Ebenen verteilt. Ah, okay. Aber wir sind so ziemlich weit unten. Ist eigentlich ganz gut. Muss man den mal schweben. Die Praktik müssen schweben. Okay. So. Hast du gerade die Lampe entfernt? Aus Versehen, ja. So, so, so. So, hier schwebt ein Smaragdblock. Ja, nice. Oh, hier ist noch mehr. Ja, Redstone, sehr gut. Du siehst doch schon, dass das Redstone leuchtet von sich aus schon. Mhm. Das ist ziemlich cool. Ja, dann haben wir schon einige für den Zug. Ja, cool. Ja. Wir haben Gold, wir haben Redstone. Wir haben eine Eisenspitzhacke. Wir haben eine Gold haben wir. Eisenspitzhacke. Goldwürdig, aber für die Goldspitzhacke nehmen. Okay. Ich wollte da hinten das Ding abbauen, damit du hochkommst. Goldwürdig für eine Goldspitzhacke machen, weil dann können wir Diamanten abbauen. Und das Ding hier, ne? Grüne. Ja, das grüne Smaragd, das sind diese Smaragde, die du brauchst für den Händler. Ja, für unseren Indianer. Was mache ich denn? Der ist weg. Der ist übrigens weg. Ja, der kommt wieder. So, Redstone über mir. Ah, wenn das die Berufsgenossenschaft sieht, dass du hier unter Tage arbeitest, ohne Helm. Zum Glück sind wir in Minecraft. Oh, guck mal, noch mehr. Ja, ja. Das ist ziemlich geil. Ich baue es gerade ab. Ah, da gestoßen. Ja, das ist auf der Höhe, da hast du es. Das ist eigentlich ziemlich geil. Very nice. Very nice. Welcome to you. Welcome to you. Oh, was haben wir denn hier? Sind das Maragde oder Diamanten? Sag ich mal. Das sind Diamanten. Das sind Diamanten. Okay. Die kannst du abbauen? Ja. Ich muss bloß die Goldspitzhacke machen. Ach so. Was brauchen wir für die Goldspitzhacke? Müssen kurz einen Ofen machen. Ja. Ich mache Werkbank und Ofen. Hast du eine Werkbank? Ich habe einen Riesenhunger. Ich komme gleich wieder. Ich gehe was zum Futter holen. Soll ich dir auch was zum Futter mitbringen? Alles klar. Ja, kannst gerne machen. Ne, ich habe noch ein paar Bären. Ich habe noch zwölf Bären. So. Jetzt machen wir mal eine Werkbank hier. Soll ich sonst irgendwas mitbringen, wenn ich schon mal oben bin? Eigentlich brauche ich mir... Du kannst was mitnehmen. Wenn ich schon zu spät bin, bin ich schon weg. Tschüss. Okay. Tschüss. So. Dann brauchen wir den Ofen. Okay, ich sehe schon, ich sollte schon mal eine Million Treppen-Teile machen. Du kannst ja aus dem Cobblestone machen. Ja. Haben wir ja genug. Meinst du, wir haben da noch welches? Ach ja. Nicht viel. So zehn Stück oder so haben wir noch. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es jetzt zurückgeht. Einfach geradeaus. Sehr gut. So, dann das Gold. Und dann brauchen wir ein bisschen Holz. Ich muss das markieren, sonst finde ich das nie wieder. Oh, ich bin gleich ganz tot. Oje, Mini. Ich hatte was von deinen Bären. Stirbst du schon, oder was? Ich sterbe schon so langsam. Oje. Ich hätte dir auch meine Bären gegeben, aber jetzt esse ich sie gerade selber. Genau. Jetzt bin ich gerade bei unserem Mülleimer. Und dann bin ich, glaube ich, da war.